erstmal kaffee zeit oder nicht herrlich entspannt mehr milch wie kaffee so mag ich das einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zu diesem neuen video und damit zum unboxing der mfb pro box für den monat mai ich bin sehr gespannt was wir hier haben 40 euro kostet die box gibt es auch in einem günstigeren abo allerdings dann verbunden in einer längeren laufzeit ich bin sehr gespannt was wir hier haben ja der monat mai in vielen bundesländern ist der hecht wieder frei bei uns tatsächlich schon monat länger ich wüsste jetzt tatsächlich nicht was ich jetzt hier speziell erwarten würde das hört sich natürlich auch an als ob ich nichts erwarten würde wenn ich den pro box aufmache aber ihr wisst ja glaube ich wie ich das meine also köder technisch da kann man jetzt theoretisch alles fischen schöne kleine köder um halt brutfische zu simulieren imitieren meine ich nicht simulieren simulant und natürlich auch große hechtküde also theoretisch passiert irgendwie alles gerade deswegen schauen wir mal ich bin sehr gespannt und dann muss man sagen schnack man nicht noch länger und ging einfach los so da sehen wir schon ein bisschen verpackungs material so dann haben wir wir fangen gleich oben an mit dem was am größten größten ist den jörg spiker von welcher firma hat da oben von dass da in der wand weist das da in der wand bei uns bei einem bei uns weißt du dass du 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 ja kennt das liegt oder geiles design also der sieht ja richtig geil aus ich habe auf den köder tatsächlich noch gar nicht aufgeguckt authentic designed and universal standard tackle for anglers steht da drauf der sieht richtig geil aus also da muss ich schon sagen vom design her manometer den fall jetzt mal aus also wenn der mal nicht aussieht wie ein paar stelle weiß ich auch nicht geiles teil der ist aber echt hübsch oder manometer also der ist vom design her wirklich gelungen also seines was hier natürlich fehlt ist eine schwanzflosse und halt die anderen flossen die so ein hecht hat aber von der farbe her mega teil ein mega teil so was haben wir hier lauftiefe 0 meter bis 1,5 meter und suspending ist er und so schönes ding 130 mm natürlich lang 21 gramm schwer steht natürlich drauf und der schwanz cool wird mir sehr gut frei lolli erdbeer vielleicht auch kirche bringen die sicher ich kann immer denken das sind wir können noch wasser melone sein nein ich glaube es ist erdbeer so dann haben wir hier die rückkehr der kleinen tütchen mit einem mfb label drauf das haben wir ja schon eine ganze weile nicht gehabt also ziemlich vielleicht mal zwischendrin weiß ich aber tatsächlich gar nicht mehr aber das war tatsächlich vor jahren ich sag mal so fast standard also was so in den box man hat sehr viele einzelne gummifische haben wir lange nicht gehabt aber jetzt hat es hier mal wieder einzug gehalten ja vielleicht ist das besonders was zum ausprobieren newsheft liegt jetzt natürlich hier nicht mehr bei schon lange nicht mehr da haben wir ja immer die digitale version das sieht hier auch auf jeden fall aus wie western würde ich mal sagen von der form her dieser normale steht dies allerdings mit einem anderen schwanz ich weiß es nicht wieder heißt ich glaube költe ist noch was anderes ja also ein twister schwanz zwei verschiedene größen v aktiv beide irgendwie ein bisschen typischer westing geruch mal gucken was wir noch haben so dann haben wir hier von westen den blade ja das ist ja mal interessant natürlich ein städter welt von westen weiß ich nicht haben die das schon länger im programm habe ich nicht den überblick sieht interessant aus tungsten auf jeden fall bladed jig nennt er sich hier ich habe nämlich gelernt dass es städter bates ist wie soll ich jetzt sagen geschützter begriff den darf man nicht wahrscheinlich darf nicht jeder nutzen ich weiß aber nicht mehr wer es war das muss ich jetzt noch mal dazu sagen ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wer das erfunden hat was vielleicht sieben könnte sein weiß ich nicht genau ja aber höchstens teil hier auf jeden fall sehr interessant hier mit einer durchsichtigen tauchschaufel in gelb gehalten hier schöne fransen dran in verschiedenen farben wir haben 14 gramm hier und punksten farbe nennt sich hier yellow spark cool sehr gut vor aktiv aber sicherlich also wenn denn die vor tief ist dann wäre sie auch nicht und dann packen wir doch mal aus doch so das andere aus dass ich dem auspacken kann sieht aus wie ein fingernagel ist aber tatsächlich das blade blatt sagt man so blatt hier auch mal nicht mit einem snap dran sondern mit einem mit einem wie sagt man es hier mit einem sprengring in oval ziemlich cool glänzender hagen cooles teil das ist mir sehr gut so mal was anderes und so durchsichtig hat man auch noch nicht neues verpackungs design hier von western wird mir auch sehr gut sieht ein bisschen ja natürlicher aus und ein bisschen ja wie sagt man hier recycelt paper also quasi aus altpapier gemacht das war das was ich gesucht habe genau so sagen wir haben ja was kleines von mt magic was heißt es schaut natürlich 2,6 gramm einen kleinen von quantum auch jetzt ganz gut passend für die jahreszeit natürlich für baller von hinten mit kupfer für barge natürlich für forellen für dübel für keine ahnung was man jetzt alles noch fangen darf hier sieht man so das schuppen muss dadurch in der stanzung sage ich jetzt mal so sieht man sich aus wie ein kiel apfel schon musik wohl wahrscheinlich hier vor aktiv auch vorne nicht auch ganz cool und für den spoon doch eine sehr runde große form quantum copper black heißt hier die farbe weiter geht's wenn sie jemand der range heißt so von reins haben wir hier auch noch was drin ein paar verschiedene gummi fische ein mix sortiment sozusagen barsch heißt das hier barsch aus sozusagen schauen wir mal rein schon wupps ja riecht sehr frischig auf jeden fall also da soll ich also ein fisch aroma da haben wir hier was mit ja so ein coilen pin tail mit einem twister schwanz mit noch ein twister schwanz ein bisschen dünner mit einem längeren twister schwanz mit einem paddle tail auch eine interessante farbkombi hier eigentlich wird mir auch gut haben wir immer drin klein irgendwas um die 2, irgendwas in wahrscheinlich mit dicken scheren auch geil sehr gut wieder was mit twister schwanz aus den 90er jahren normaler twister normaler paddle tail hinten dran noch ein kleiner crore mit etwas dünneren scheren imitationen ja auch noch mal was ohne viele fühler dafür aber mit scheren dran ein bisschen flacher sich geil also dass das mag ich auf hier da haben wir noch was hier mit sonne dinge hier dran auch geil also tolles barsch steht hier natürlich für verschiedene finesse methoden die tonalität methoden seit mir natürlich methoden ach verdammt falsch rum gemacht da ist egal egal gut ja noch wir haben endlich mal ein aufkleber geil wir haben 10 feet under aufkleber wir haben einen kleinen 10 feet under warum ist ja was von tendin an dabei haben wir auch so ein tendin an oder ist es doch fest den hier oder warte das auf jeden fall westin also wenn ich was kenne das ist ein städtis und das auf jeden fall westin ist da am besten nur kann man das sehen er kann sich sehen das licht ist so schlecht ich würde aber sagen es heißt bestien aber wissen du ich nicht vielleicht wirklich nicht auch vielleicht sieht man es hier besser klar ist ja auch viel kleiner genau so und dann haben wir hier natürlich noch von der box post und gewinne und natürlich individuelle köder box könnt euch zusammenstellen konfigur konfigur konfiguriere deinen boxen innerhalb selbst genau und die männer box die perfekte box für die männer und vatertag für alle beide tage mit gewinnspiel direkt zur männerbox qr-code scan kommt direkt dahin solange der vor reicht die limitierte stückzahl ja kann man machen okay ich bin mir jetzt tatsächlich nicht sicher ob hier irgendwas fehlt in der box den finde ich total geil hier das mix paket finde ich auch sehr schön den städter bei dem war glaube ich in städter bei den dürfen die ich auch geil wir haben spuren mit bei wir haben nichts an terminateckel bei also weder ein paar jigs für irgendwas hiervon noch ein kleines dropshot set oder so das weiß ich natürlich nicht preisig jetzt wahrscheinlich nicht mit reingepasst darum ist es nicht mehr drin oder es fehlt was ich weiß es wirklich nicht ich habe nicht ins news selbst geguckt generell finde ich aber eine schöne box eigentlich mit einem spoon und allen anderen sachen die hier drin sind kann man da sicherlich schön mit losziehen terminateckel vorausgesetzt und verschiedene fischarten bejagen genau da muss ich mal sagen war es das für heute dann sehen wir uns schon bald wieder macht's gut bis zum nächsten mal euer Lami